Ah, mein Souvenir. Zu groß für ne Schneekugel, zu klein für ne Jurte. Ohoho, Wahnsinn! Ein ausgestopfter Pinguin. Für den Mann, der schon alles hat. Danke sehr, Daddy. Sergeant Pippa? Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Wenn Gandhi ist schon in der Teathern? Ja, ich weiß, wie wichtig sie ist. Okay, halten Sie sie hin. Ich brauche genau 15 Minuten. Ich weiß nicht, sagen Sie, ich wurde von den Papageien verprügelt oder von einem Passanten gepeinigt. Wofür bezahle ich sie eigentlich? Ich rufe gleich zurück. Das ist ein lebender Pinguin. Er hat mir einen lebenden Pinguin geschickt. Hallo, lebender Pinguin. Sobald ich wieder zu Hause bin, schicke ich dich dahin zurück. Sobald ich heute komme. Sobald ich heute hingekommen habe. Sobald ich euch jetzt meine練習 sch Nasten zagt,